Unter der Regie von Udo Lattec wollten die Bayern im Jahr darauf Revanche nehmen. Die Münchner wenige Monate nach dem Gewinn des Weltcups mit fünf Weltmeistern in ihren Reihen, dazu ein gerade 19-Jähriger namens Karl-Heinz Rummenigge. Nun der Start in dieses Spiel lief bei den Bayern wesentlich besser. Uli Hoeneß und Klaus Wunder setzten sich gegen sechs lautere Abwehrspieler durch. Doch schon kurz darauf gelingt Schwarz der Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel sogar die Führung für den FCK, eingeleitet von Sandberg, weitergeleitet von Klaus Toppmüller und abgeschlossen von Hannes Riedel. Dann Torpirrung links auf Sandberg mit kaiserlicher Hilfe zum 3 zu 1. Gerd Müller verkürzt aus elf Metern zum 2 zu 3 und dies, obwohl Ernst Diel der kleine Schell Müller am Trikot festhält. Aber der Münchner dreht sich kurz um, zupfelt an der Hose, wackelt zum Punkt und schickt Hellström in die falsche Ecke. Wo dann taucht Pirrung allein auf weiter Flur auf. Kurze Blicke nach links, wo Sandberg mitläuft, aber Pirrung macht es selbst, die Vorentscheidung. Klaus Toppmüller trifft sogar noch zum 5 zu 2, nachdem er den Ball artistisch mitgenommen hat. ... ... ... ... Vielen Dank.